Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zurück bei Spyro A Hero's Tale und ja, wir müssen heute irgendwie versuchen, den anderen Part dieses Blink-Levels zu schaffen, den Lichterstein zu sammeln, da haben wir nämlich das schwerste Blink auch hinter uns. So, und diesmal sind sie natürlich weiter verteilt, die Steine. Natürlich ist bei uns hier oben keiner, aber dafür müssen wir wieder nach hinten rüber und da finden wir einen und hier unter mir ist auch einer, aber war ja auch schon vorher. Ich hoffe nur, das klappt diesmal leichter wie im letzten Part. Im letzten Part hatten wir also unsere Probleme mit diesem Level und haben insgesamt 9 Minuten und 18 Uhr oder so gebraucht für das Level. Ja, mal gucken, wie es heute geht. Vielleicht fängt es ja besser an. Und diesmal ist, glaube ich, da... War der Lichterstein da oben vorhin auch? Also der dunkle Edelstein? Gute Frage. Ne, der war da. Genau. Wir machen diesmal ein bisschen strategischer, denn wir sind hier nicht blöd. Und wie wir das machen, seht ihr jetzt. Wir gehen nämlich erstmal hier hin. So. Wir holen uns hier in den Kontrollpunkt. Gehen wieder zurück und machen da alles. Wir versuchen aber nicht, diesen Spender aufzusammeln, weil falls wir sterben, kommen wir wieder hier oben an und können dann erstmal alles machen. So. Das ist zum Beispiel Nummer 1. Ne, ich gehe unten lang. Ja, genau. Fiste mich. Fick mich. Wir müssen unbedingt Energie zusammen haben. Darum ist ja auch Energie, aber... Das ist so eine Sache mit der Energie. Das war wieder sehr knapp. Bitte lasst mich respawnen. Das sieht gut aus. Müssen wir nur ein paar Schmetterlinge sammeln, damit wir Energie kriegen. Natürlich treffen wir keinen, der da rumfliegt. Ist ja so frei. Und wir haben alles abgeweilert. Hallo, könnt ihr auch mal fliegen, wie ihr vorhin geflogen seid? So. Ich weiß noch nicht, wie das Park so hochkommt. Irgendwie versuchen kann man es ja mal da hochzukommen. Und ich habe jetzt mal eine... Fakst du die jetzt? Ich habe jetzt mal ein anderes überlegt. Uh. Scheiße. Wir nehmen hier den Spender ein. Warum? Ist ganz klar. Weil wir hier Probleme mit den Plattformen haben. Und weil wir schon zwei eingesammelt haben. Oh Gott. Das läuft jetzt ausnahmsweise ziemlich gut. Okay. Die Spender hat mich einmal getroffen. Daraus mache ich mir nichts. Und diesmal ist hier oben wirklich gar nichts. So. Diesmal läuft das aber definitiv besser. Bisset ihr zugeben. Ich habe gelernt. Ich habe geskillt. Spaß beiseite. So. Den haben wir jetzt auch. Nummer drei. Und das waren hier glaube ich schon in diesem ersten Bereich wieder alle. Es waren auch vorhin nur drei. Oder gesagt im letzten Part. Aber. Ja. Was haben die denn jetzt? Was hupen die da draußen alle rum? Böb, böb, böb. Ist mir scheiße geholt. Möp, möp. Egal wer geheiratet hat. Irgendwann stirbt jeder mal und dann nix mehr heirat. Oh. Aggressiv. Nicht Spaß. Natürlich. Jeder kann hupen, wenn er will. Aber ich glaube, es gibt irgendwie so ein Limit, was man nicht hupen darf. Und von daher. Oh, ich hasse diese Stelle. Ihr fragt euch jetzt bestimmt immer, warum der automatisch zurückgeht. Der geht nicht automatisch zurück. Das mache ich eigentlich, weil ich Angst habe, dass ich das Ding nicht ergreife. Weil ich Angst habe, dass ich runterfalle. Miau. Miau. Sind da unten wieder Spinnen, oder wie? Natürlich. Tatsache, da unten sind wieder Spinnen. Die haben sich also nach Zeit doch wieder gespawnt. Äh, aber nach Zeit, wie gesagt. Jetzt könnte mal die Plattform wiederkommen. Da ich meine Reise weiterführen kann. So, okay. Tatsache, sie haben sich alle wieder gespawnt. Natürlich sehr nett von den Spinnen, was sie das machen. Aber ein Glück, dass sie es nicht vorhin gemacht haben, sondern erst jetzt. Uns fehlen noch sieben Edelsteine. Wir sind fünf Minuten schon dabei. Langsamer kann es auch nicht vorangehen. So, eigentlich töten wir auch. Oh, und hier vorne ist auch eine. So. Die Ärmel kaputt machen, die Mauer. Oder auch nicht. Geht doch. Da ist schon wieder ein weiterer Licht-Edelstein. Boah, dunkler Edelstein zu sehen. Ist doch gut so, dass sie wirklich großartig ist, wie ihr merkt. Natürlich steht sie wieder hier. Aber auf dem Boden ist sie eher hier. Komm, die haben wir vorbei. Oder auch nicht. Wir gehen erst oben lang. Wenn ich mich frage, gerade wo die Plattform bleibt. Da kommt sie ja auch schon. Denn oben sind ein paar und oben gehen wir im Kreis eigentlich nur. So. Ich glaube, hier ist nämlich auch ein Licht-Edelstein. Genau. Oh, ich sage immer Licht-Edelstein, ne? Natürlich ein dunkler Edelstein. So. So, damit haben wir dann dieses Teil auch gesammelt. Das macht gut, das macht weiter. Ja, es geht weiter, eher gesagt. Es ist wieder die Angst, wenn ich runterfalle. Da! Er geht nicht drauf. He, er ist drauf! Los! Gerne. So. Jetzt sind wir klug. Jetzt sind wir sehr klug. Weil die Spielermacher damals nicht geachtet haben, dass man auch von oben werfen kann. Wie zum Beispiel jetzt in dem Fall. Werfen wir einfach mal die Bomben runter. Und fragen uns, wo sie abgeprallt ist. Und haben ihn erwischt. Wir haben eine Menge Zeit erspart. Oh Gott. Aber der Bombenspender zeigt an, dass wir fast leer sind. Natürlich. So, jetzt sind wir leer. Aber ich gebe natürlich auf. Es könnte sein, dass hier dann auch ein Bombenspender ist. Hoffen wir mal. Weil ansonsten ich wirklich die Arschkarte gezogen habe, weil ich hier lang gehe. Oh, da kann man noch durch die Wand gehen. Okay. Ja, he he. Du wolltest es angreifen, hast aber nicht den Zug geschafft. Und ich grab mich jetzt mal hier durch. Es geht also noch weiter rein. Hammer. Und hier ist kein Spender. Ihr wolltet mich doch wohl verarschen, ne? Ich hoffe nur für euch. Da vorne... Oh Gott. Wo wollt ihr mit mir lang? Oh, mein Himmel, Sven. Wehe, hier hinten ist kein Spender. Es ist kein Spender da hinten. Das gibt's doch nicht. Ach, da geht's auch runter. Okay. Da unten ist auch noch einer. Da unten ist ein Spender. Wo war jetzt der Spender, um mich zu willen? Wo war der jetzt? Noch tiefer. Nein! Nein! Oh Gott. Ganz wahr, knapp. Oh, eigentlich ein Spender wieder da. Das ist gut. Tot? Ja, es ist tot. Hier war nämlich auch gerade noch ein Gegner. So. Alter, ist das ein langes Spiel. Wie ihr merkt. Den Bombenspender aktivieren. Und jetzt müssen wir ohne Witz, müssen wir zu wenig kämpfen. Ihr habt auch kein bisschen übertrieben, als ihr auf die Idee gekommen seid, ne? Und zurück. Komm. Nicht so weit. Nicht so weit. Danke. Nein. Nein, nein, nein. Uh, das war knapp. Nein. Nein, 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 nein. Bam, 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 bam. Nein. Ja, alles rot. Mein Gott. Egal, sechs haben wir schon. Oh, ist das ein nerviger Ort jetzt. Ich muss gleich einmal ganz kurz schneiden. Weil ich kurz weg muss. Aber wir machen das hier noch in diesem Part hier zu Ende. Damit das wenigstens erledigt ist. Wie schnell diese Plattform ist, ey. Komm her. Nyaung. So. Und die führt uns nach oben. Ein Glück. Wow, was bist du denn? Und da sind es zwei sogar. Oh, habt ihr mich jetzt verjagt? So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier zurück? Oder wie kommen wir hier weg? Ach da. Warte auf mich. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wirk. Schlecht wert. Ey, was verlangt ihr von mir? Der Tod laut hier hinter jeder Ecke. Ja, einmal nicht aufpassen, sonst sind wir tot. So. Fühl mich nach oben, bitte. Und lass da ein Spender sein. Natürlich nicht. Natürlich ist hier kein Spender. Oh, ist das eine Qual. Glaub mir, ich habe so viel Schiss hier zu sterben. So. Aber da hinten sind die letzten beiden Edelsteine. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Haben wir es nämlich geschafft. Am I hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, fick dich, Spinne, fick dich. Nein. Fick dich, Spinne. Fick dich. Es darf nicht wahr sein. Ich mache mal hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Du verfickte Spinne. Ja. Bis zum nächsten Mal gleich. Oh, bis gleich, eher gesagt. Masa la vista. Baby. Baby.